Das Norderstädter E-Bike-Center Veloman feierte am 1. September große Neueröffnung. Gemeinsam mit Partnern wie Lünes, die mit Barclay Car zusammenarbeiten, begrüßte Wardan Abrahamian die Gäste. Veloman bietet nur qualitativ hochwertige Fahrräder an, konzentriert aber hauptsächlich auf E-Bikes, die neue Generationen an Fahrrädern. Wobei wir bieten auch die namhaften Unternehmen von E-Bike-Herstellern, wie zum Beispiel Flyer, Bircher, was hier gerade bei uns in Heide-Wessel individuell hergestellt werden. Und auch nochmal zwei Marken, die zu vergleichen zu den besseren Modellen sind. Wir bieten komplett Leistungen, das heißt wir haben unsere eigene Fachwerkstatt. Und wir bieten auch dementsprechend die Serviceleistungen. Dazu stellen wir noch die Zufriedenheitsgarantie, was nicht jeder anbietet. Das heißt, wenn ein Kunde hier ein E-Bike kauft, der ist richtig nachher zufrieden. Und die Servicereparatur, dann machen wir auch hier bei unserer autorisierten Fachwerkstatt, wo auch von Bosch zum Beispiel autorisiert sind und Bosch E-Bike-Service sind. Das bekommt auch nicht jeder Fahrradhändler. Und dementsprechend bieten wir auch hochwertige Leistungen an. Das neue Geschäft mit integrierter Fahrradwerkstatt finden Interessierte zukünftig in der Ulzburger Straße in Norderstedt.